Wie sieht eine Best Practice für die Verzielung von Sales- und Vertriebsmitarbeitern aus? Das möchte ich wissen von Bettina Kemmerer, die lange Jahre Head of Sales Compensation in großen IT-Unternehmen war und heute Unternehmen bei dem richtigen Aufsetzen der Vertriebsverzielung unterstützt. Viel Spaß beim Zuhören! Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler Willkommen zu den Davicon CFO Insights. Zurück aus der Sommerpause und weiterhin mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung. Und heute insbesondere mit einem sehr komplexen Thema aus meiner Sicht, nämlich wie verziele ich eigentlich den Vertrieb richtig? Und dazu habe ich mir eingeladen die Bettina Kemmerer, die spezialisiert ist auf das Thema Sales Compensation. Hallo Bettina, schön, dass du bei mir bist. Danke für die Einladung. Warum ist das Thema Sales Compensation oder Vertriebsverzielung für mich so ein komplexes Thema? Weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass Vertrieb besonders, ich sag mal, extrinsisch zu motivieren ist und nicht so stark intrinsisch. Aber das ist vielleicht auch nur ein Vorurteil, was ich habe. Daher finde ich es heute sehr interessant, mich mit dir mal als wahre Expertin für das Thema zu unterhalten. Ja, dann lass uns da mal rein starten. Stell dich mal vor und sag auch, wie du eigentlich zu diesem Thema Sales Compensation gekommen bist. Gerne. Wie gesagt, mein Name ist Bettina Kemmerer. Ich lebe seit 17 Jahren in London und habe bei großen multinationalen Firmen gearbeitet, wie Microsoft, HP und zuletzt bei Pfizer First Data. Und da halt in Funktionen europaweit oder auch global. Und seit ungefähr einem Jahr bin ich jetzt selbstständig als Beraterin für Sales Compensation. Ich berate Firmen aller Art, jeglicher Industrie, Größe, Region, die ein Vertriebsteam haben, was sie optimal aussteuern wollen. Und ganz interessant, im Vorgespräch hast du gesagt, du warst sogar Head of Sales Compensation. Das war mir ein bisschen noch gar nicht bewusst, dass es sogar Organisationen gibt, die dort eine eigene Stelle haben für diese Position. Also ich glaube, das erklärt ganz gut, warum du auch Expertin auf dem Gebiet bist. Ja, also gerade größere Unternehmen und auch sehr gerne in der Softwarebranche sieht man es häufiger, dass es da dedizierte Sales Compensation Spezialisten gibt. Und auch in Amerika hat fast jede Firma ein Sales Compensation Mitarbeiter. In Europa ist es noch nicht so weit verbreitet. Aber ich sehe das auch, dass immer mehr und mehr Bedarf ist. Also wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, stürzen sich alle auf mich. Und ja, ich habe dann noch mal eine Frage. Und da habe ich noch mal eine Frage. Was hältst du von Caps und solche Sachen? Genau, weil man sich natürlich trefflich über dieses Thema richtige Verzielung unterhalten kann. Und vielleicht schaffen wir es ja mit diesem Podcast, dieses Thema Sales Compensation dann auch in Deutschland ein bisschen publiker zu machen. Und ja, ich fange einfach mal an mit einer ganz ketzerischen Frage, weil so hatte ich ja auch eben das Intro gemacht. Ist der Vertrieb nur monetär steuerbar? Nein. Also Vertriebler sind halt sehr wettbewerbsfreundlich. Die mögen gerne einen Wettbewerb haben und für die geht es nicht nur darum, das Geld zu verdienen, sondern die sind eigentlich scharf darauf, den Kunden zu gewinnen, den Vertrag abzuschließen und das Geld kommt dann automatisch. Und so kann man die halt packen. Man kann kleinere Competitions machen, kleinere Wettbewerbe. Man kann die mit allen möglichen Mitteln locken, dass sie halt erfolgreich sind und dass sie die Erste sein wollen mit anderen Dingen, die nicht viel Geld kosten oder manchmal sogar auch gar kein Geld kosten. Das heißt, das Monetäre ist eigentlich im Grunde genommen nur hinter das Outcome, was ich habe, dadurch, dass ich halt Leute habe, die stark wettbewerbsgetrieben sind? Ja. Wenn man Vertriebler untereinander reden hört, sagen die nicht, ich habe letzten Monat 10.000 Euro verdient, sondern dann sagen die, ich habe den Kunden dazu gefunden oder ich bin das erste Mal in diese Branche verkauft. Die reden mehr davon, was sie erzielt haben durch ihre Arbeit und nicht, wie viel Geld sie damit gemacht haben. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem? Weil ich sage mal, von Umsatz alleine kann ja auch keiner leben. Das heißt, nur Umsatz generiert zu haben, ist ja vielleicht gar nicht mal so die richtige Messgröße, wenn ich unter dem Strich da vielleicht nur ein, zwei Prozent Marge mache. Wenn ich über Software spreche, gut, dann kann ich 30 Prozent plus rechnen. Aber in anderen Sektoren? Ja, man muss natürlich die Margenrechnung machen. Wenn ich Kunden habe, die verschiedene Produkte haben, dann frage ich immer halt, wie die Margenprodukte sind, ob die ein High-Margen-Produkt haben oder ein Low-Margen-Produkt. Und darauf, das wird dann, macht man etwa eine Mischkalkulation oder man pusht das Hochmargen-Produkt, kommt immer drauf an. Ich hatte auch ein Start-up-Unternehmen, die haben genau ein Produkt und das eine Produkt kostet um die 500.000. Stolzer Preis. Dann lass uns doch mal gucken, also mal so als Status Quo. Welche Zählsverzielung findest du heute eigentlich in der Praxis? Und was sind da für dich so die Vor- und Nachteile? Also die größten Probleme, die ich immer sehe, gerade auch bei deutschen Firmen, sind Inkonsistenz, wenn das ein Wort ist, in Paymix. Also der Vertriebler, unterschiedlich zum normalen Mitarbeiter, hat sein Zieleinkommen als Basisgehalt und dann den variablen Anteil. Und unterschiedlich zum normalen Mitarbeitern ist dieser variable Anteil, was wir nennen, at risk. Das bedeutet, er kann entweder mit null nach Hause gehen oder mit viel. Und beim normalen Mitarbeiter, der auf dem Bonusprogramm ist, der einmal im Jahr einen Bonus kriegt, da kriegt meistens immer irgendwer was. Das ist niemals der 100%-Anteil at risk. Und ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Und da sehe ich das halt oft, dass dieses Paymix-Verhalten so nicht ausgeglichen ist. Und ich habe ein paar Paymix gesehen von 96% Basisgehalt und 4% variabel. Das steuert gar nichts. Nein. Gar nichts. Also ich würde mal anfangen, also 80-20 ist schon die unterste Grenze. Aber normalerweise würde ich immer jemandem vorschlagen, 70-30, 60-40 und für Hunter 50-50. Was bedeutet, wenn er nicht seine Sachen, seine Eier in eine Reihe kriegt, dann mit 50% kann er eventuell seine Miete bezahlen. Aber in Urlaub kann er damit nicht fahren. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man den Paymix benutzt, um halt auch Aggressivität am Markt zu pushen. Und damit meine ich nicht, aggressiv den Kunden zu bearbeiten, sondern aggressiv, dass der Vertriebler weiß, ich muss meine, ich muss verkaufen. Ansonsten wird das hier nichts mit Bali. Bin ich vollkommen bei dir. Wobei ja man sagen muss, ob ich in Urlaub fahren kann oder nicht, hängt ja an der absoluten Höhe des Zieleinkommens. Also ich sage mal, wenn ich sowieso schon 120.000 Fixum verdiene, dann kann ich mir, glaube ich, die Reise trotzdem leisten, obwohl ich vielleicht noch 60% Variable und Top kriege oder meiner Meinung nach auch gar keine Öffnung, gar keinen Deckel drauf zu hauen, weil ich will ja auch jemanden nicht bremsen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also das ist aber eine Sache, die du siehst. Da sollten Unternehmen hingucken. Das Zweite hatten wir gerade schon mal ein bisschen angerissen. Das ist Umsatz versus Margenverzielung. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist die Finanzabteilung so wichtig, wenn man die Vertriebsplanung macht. Man muss sich mit der Finanzabteilung unterhalten. Man muss wissen, wie viel von dem Umsatz die abgeben wollen an Provisionen. Wenn du 100.000 Revenue machst, aber deine Kosten sind schon bei 90, dann kannst du nicht 20.000 an die Vertriebsprovisionen abgeben. Also deswegen ist die Finanzabteilung wichtig, dass die halt dir sagen können, was bleibt übrig. Was von den 100.000 Umsatz ist mein Gewinn, den ich zur Verfügung habe, um davon Provisionen abzuzwacken. Und wie viel will ich davon abzuzwacken? Aber du würdest schon sagen, die Hauptbetrachtung ist die Umsatzgröße so als Status Quo, an dem Vertriebler verzielt werden als Ausgangslage? Kommt immer drauf an. Nehmen wir mal an, du möchtest gerne auf den schwedischen Markt und warst noch niemals in Schweden. Es ist völlig egal, wie viel Umsatz oder Gewinn du machst, sondern du musst erst mal Market Share haben. Ansonsten, wenn du nur auf deinen Profit gehst, auf einen ganz neuen Markt, dann wird das meistens nichts, weil dich kennt ja noch keiner. Das sind ja die klassischen Business Developer, also die wirklichen Markt dann auch entwickeln und nicht sofort kalt reinverkaufen, sondern dann auch überlegen, wo sind strategische Partnerschaften und was kann ich da tun? Ja, du hast auch keine Erfahrung mit dem Quotensetzen in diesen Märkten, weil du nicht genau weißt, wie viel gibt es her. Also du musst schon wissen, woher dein Umsatz kommt, damit du auch eine genaue Zahl nennen kannst, die du dann dem Vertriebler gibst. Aber bei solchen Sachen ist es, Marge ist zweitrangig. Du musst halt sehen, wie du dein Unternehmen wachsen lassen möchtest. Also es muss ja nicht unbedingt ein neues Land sein oder ein neues Territory. Es kann auch eine neue Branche sein. Nehmen wir mal an, du bist in der Fashion-Branche und jetzt möchtest du noch gerne Cosmetics dazu haben. Dann ist es eine Branche, die ähnlich ist, aber von der du nicht so besonders viel Ahnung hast. Aber die willst du haben, weil das dein Wachstum ausmacht. Und das macht nicht der Vertriebler. Da muss natürlich die Firma dann auch in der Sales Ops oder Marketing oder Produktentwicklung dann entsprechende Recherchen anstellen, um zu sehen, wie ist da Whitespace, Share of Wallet, diese ganzen Analysen, die man dann so macht, wenn man seine Go-to-Market-Strategie aufstellt. Und da berate ich auch sehr gerne Firmen, weil das auch oft nicht funktioniert. Die haben dann so eine Idee, was sie sich dann zusammen gegoogelt haben. Und dann, ja, geh mal los. So funktioniert das nicht. Ja, genau. Okay, das heißt so Status Quo, das ist auch das, was ich erwartet hätte, dass man da nicht richtig hinguckt und dass man nach Umsatz verzielt, dass man dann natürlich mal mit der Finanzabteilung spricht, sag mal, wie viel Umsatz kann ich eigentlich machen? Weil irgendwo muss die Margenbetrachtung mit rein. Und das Dritte, vielleicht kannst du das auch bestätigen, was ich oftmals sehe, ist, dass man versucht, superkomplexe Systeme zu bauen, die eigentlich, ja, ich sag mal, vielleicht nach sechs bis acht Semestern höhere Mathematik dann auch durchdringbar sind. Die so eine Scheingenauigkeit bieten aber ja dann vielleicht diese, jetzt spreche ich wieder über intrinsische Motivation, die entweder abwürgen, weil man versucht, diese ganzen 15 Variablen, die ich damit einbaue, zu verstehen und dann danach steuert. Ist das auch was, was du siehst? Ja, das ist immer mein Liebstes, wenn ich so sehe, dass so ein Plan für so eine arme einzelne Person 15 Komponenten hat. Der weiß ja gar nicht, wo er anfangen soll. Der ist ja teilweise verwirrt. Was soll diese Person machen von den 15 Komponenten? Natürlich sucht sie sich die Komponente aus, die am einfachsten zu bedienen ist. Also es ist immer wichtig. Also ich frage meine Kunden immer, was sind die zwei, drei Sachen, die du wirklich, wirklich möchtest? Also nicht die gesamte Einkaufsliste. Wir produzieren hier keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ich will nur die zwei, drei Sachen haben, die du wirklich, 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 wirklich möchtest. Und dann dauert das meistens eine Woche, manchmal auch zwei. Dann kommen die wieder und sagen, ja, wir haben lange diskutiert. Das sind die Sachen, die wir wirklich, 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 wirklich machen. Und die, die nehmen wir dann. Und ja, normalerweise, wenn da was nicht Monetäres dabei ist, das wird auch erstmal gleich gekippt. Ja, und dann konzentrieren wir uns darauf. Also ich möchte mal so eine drei Stufen oder drei Partner profitabel Situation machen. Der Kunde, das Unternehmen, der Mitarbeiter. Alle drei müssen zufrieden sein. Ansonsten wird das nichts. Und ein Vertriebsplan ist halt dafür da, den Kunden, die Firma und den Mitarbeitern alle drei gut dastehen zu lassen. Der Kunde ist wichtig, weil der soll ja wiederkommen. Wir wollen ja den als Referenz haben. Wir wollen ja nicht einmal zum Kunden verkaufen und das war es dann, sondern wir wollen deswegen den Mitarbeiter so steuern, dass wir nicht nur steuern, was er verkauft, sondern wie er es verkauft. Und da spielt der Manager auch eine große Rolle. Da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil wie passt das zur langfristigen Unternehmensstrategie? Also wenn ich mir so die gängige Verzielung angucke, dann ist das in der Regel eine jährliche Prämie. Also die Erwartungshaltung ist, wir starten in Deutschland im Januar und in England im Juli mit unserem Geschäftsjahr und dann vergehen zwölf Monate und dann werde ich verzielt. Was ja, offen und ehrlich gesprochen, nicht unbedingt zu einer langfristigen Unternehmensstrategie passt und ja auch zu etlichen Verwerfungen im Markt geführt hat. Und wenn man sich mal so Bankenkrisen etc. anguckt, die Boni kommen jedes Jahr, aber die schlecht gemachten Geschäfte, die sehe ich erst drei bis fünf Jahre später, wenn die Gesellschaft dafür blechen darf, sage ich mal. Und ähnlich sieht es ja manchmal auch, insbesondere bei der Sales-Verzielung aus. Ich habe ja mal in Folge 8 ein bisschen darüber berichtet, mit dem Thomas Klauf zusammen, da haben wir das ja auch mal diskutiert. Bin ja auch als Wirtschaftsprüfer tätig und sehe ja manchmal auch dann in Unternehmen, wo dann nochmal schnell am 29. irgendwas rausgeschickt wird, was der Kunde gar nicht bestellt hat. Dann ist es erst mal als Umsatz gebucht und wenn er das dann irgendwie Mitte Januar zurückschickt, weil er es ja nicht bestellt hat, ist es aber trotzdem nicht bereinigt in den Umsatzerlösen. Das ist dann erst bereinigt im neuen Jahr. Und das ist ja nun absolut überhaupt nichts, was ich fördern möchte. Also wie siehst du das, diese langfristige Unternehmensstrategie und kurzfristiges Erfolgsdenken? Ja, aber dafür hat man ja hoffentlich in den Unternehmen auch eine gewisse Struktur, die davon ausgeht, dass man halt solche Dinge rechtzeitig auffängt. Und dafür haben Vertriebspläne zum Beispiel auch eine Clawback-Regel, dass wenn so ein Umsatz dann kreditiert werden muss, wird auch die Vertriebsprovision gekappt. Aber ja, das war ja nur ein Beispiel. Aber wie siehst du das persönlich, dieses Dismatch zwischen langfristiger Unternehmensstrategie, drei bis fünf Jahre beispielsweise, lasst uns Skandinavien als neuen Absatzmarkt gewinnen und Skandinavien ist halt nicht nur Schweden, das ist auch Norwegen und Finnland. Und dafür brauchen wir fünf Jahre. Ja. Und du wirst aber jedes Jahr verzielt. Und ich bin da offen und ehrlich, meine persönliche Meinung dazu ist ja deswegen, eher auf Mitarbeiterbeteiligungsmodelle zu gehen, wo du dann auch am Unternehmen beteiligt bist, weil du dann nämlich meiner Meinung nach nicht mehr diese Kurzfristigkeit von einem Jahr drin hast, sondern dann partizipierst über diese fünf Jahre, solange du im Unternehmen bist. Auch wenn du das verlässt und die Anteile weiterhältst, nehmen wir mal eine klassische AG. Und wenn du eine Strategie aufgehst, kriegst du auch ein Vielfaches von dem, was du eigentlich sonst kriegen würdest. Und wenn du nicht bei der Story glaubst, dann verkaufst du deine Anteile. Da kannst du es auch innerhalb eines Jahres monetarisieren. Das Modell finde ich auf jeden Fall gut. Also bei uns in England nennt man das Owner Associate. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist ein Eigentümer. Das ist durchaus gängig, aber trotzdem gibt es Vertriebsprovisionen. Das bedeutet bloß, dass wenn jeder Mitarbeiter ein Eigentümer ist, dass man andere Dinge positiv beeinflusst, wie zum Beispiel Kosten. Also wenn ich ein Eigentümer bin, dann gebe ich nicht sinnlos irgendwie, haue ich nicht die Kohle raus, sondern dann überlege ich mir vorher, ob ich überall hin wirklich erste Klasse fliegen muss oder ob nicht auch Business Class ausreicht. Solche Sachen. Hoffentlich. Weil es ist natürlich immer die Frage, wie viel Eigentümer bin ich dann? Wenn ich für 10 Euro Eigentümer bin, dann werde ich natürlich trotzdem die Business Class für 2. Nein, nein, nein. Selbst wenn die Firmen ja noch nicht börsennotiert sind, aber das als langfristiges Ziel haben, geben sie ja trotzdem quasi Optionen aus. Und jeder ist scharf darauf, dass die Firma dann an die Börse geht, dass sie die dann eincashen können. Das ist schon klar. Aber um auf das Thema zurückzukommen, langfristige Planung. Also wenn ich als Vertriebler mein eigenes Territorium verbrenne, dann habe ich davon keinen Nutzen. Also wenn ich fünf Jahre lang den skandinavischen Markt beackern soll und ich hinterlasse überall verbrannte Erde, dann weiß ich, dass ich meine Reputation als Vertriebler und die des Unternehmens schädige und daran habe ich nie ein Interesse. Und solche Fälle habe ich auch eigentlich sehr selten gesehen. Also wenn wir einen Vertriebsmitarbeiter gesehen haben, der Hauruck-Methode, halsbrecherisch an irgendwie, welche Kunden verkauft, nur um das Verkaufens willen, der wird dann auch schnell ausgetauscht. Dann lass uns doch mal gucken, was könnte denn so eine Best Practice sein? Also neben dem von mir bevorzugten Mitarbeiterbeteiligung, oder wie hast du es eben genannt, Owner Associate? Ja. Also da muss man ja erstmal individuell jedes Unternehmen betrachten. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, es gibt ja keinen hundertprozentigen goldenen Weg, sondern die Produkte sind anders, die Unternehmen sind anders, die Unternehmensstrategie ist anders. Aber wenn man mal so als Best Practice darüber nachdenkt, an was muss man eigentlich denken? Du hast eben schon mal vom Hunter gesprochen, also eher ein Vertriebler, der auf Neukunden fokussiert ist und vom Farmer, der eher so dann die Bestandskunden bei Laune hält. Da würdest du ja schon einen Unterschied machen, wenn ich das richtig gedeutet habe. Auf jeden Fall. Also ein Hunter, der ist natürlich Neukundengeschäft, der hat keine Beziehung zu irgendwem, der muss vom Pitch bis hin zum Closing, macht er alles selber quasi. Wobei ein Farmer, der geht in die Datenbank, sieht, oh Herr Müller von der Firma, ah die Telefonnummer, ah das hat er gekauft in der Vergangenheit, das waren die Preise, das kann er noch kaufen, alles wunderbar. Also die Ansatzarbeit ist natürlich für einen Farmer einfacher. Deswegen ist normalerweise auch der Paymix für einen Farmer so bei 80, 20, 70, 30 und beim Hunter 60, 40, 50, 50. Weil der Hunter, der muss wirklich schwerer arbeiten als ein Farmer mit den Bestandskunden. Bestandskundenarbeit kann auch schwierig sein. Manche Bestandskunden, da muss man die Verhandlungen, wenn man Verträge erneut, von Punkt Null starten, die kommen an mit sagen, ich kündige erstmal alles und dann fangen wir mal von vorne an. Solche Bestandskunden gibt es auch. Und dann haben Farmer auch meistens in ihrer Quote solche Sachen wie Upsell und Cross-Sell. Das bedeutet, neue Produkte rein zu verkaufen oder mehr von den existierenden Produkten an den Kunden zu verkaufen. Und das ist schon Arbeit. Und gibt es da bestimmte Multiplikatoren? Weil ich sage mal, der Paymix, der alleine, der macht es ja nicht. Eigentlich würde ich ja jetzt, wenn ich sage 60, 40 für den Hunter, dann würde ich den ja noch bestrafen. Der kriegt ein niedrigeres Grundgehalt und dann eigentlich am Ende, um auf 100 Prozent zu kommen, auch weniger. Das heißt, so haben wir das zumindest in Vergangenheit gemacht, dass ich sage, der Neukundenumsatz wird mit Faktor 3 zum Beispiel bewertet. Ja, also normalerweise gibt es ja ein Threshold. Das bedeutet, man hat einen Einstiegswert. Der Mitarbeiter muss mindestens x Prozent von seiner Quote verkauft haben, bevor er überhaupt nur einen Cent kriegt. Und der ist bei Farmern meistens so bei 80, 90 Prozent und bei Huntern so bei 50, 60 Prozent. Einfach nur, damit die schon mal arbeiten müssen, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Und alles, was die dann darüber machen, das kommt dann allen anderen zugute. Ja, so muss man das auch ein bisschen berechnen. Und dann gibt es halt die Übererfüllung. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Quote von einer Million gehabt hat und jetzt hat er die Million geschafft, aber ich möchte den ja motivieren, dass er noch mehr in diesem Jahr macht und nicht das andere aufspart für nächstes Jahr. Also bezahle ich ihm halt für alle Überperformance, bezahle ich ihm dann halt noch einen Extrafaktor. Und nicht ab 102 Prozent, weil die zwei Prozent sind lächerlich, sondern normalerweise so bei 110 Prozent kann man dann mal so mit so einem kleinen Kicker anfangen. Und was wäre jetzt deine Empfehlung? Also jetzt gucken wir mal so einen Hunter. Ich unterstelle jetzt mal, das ist eher ein Extrovertierter, der sich auch nicht zu schade ist, zum Telefonhörer zu greifen, weil du musst Kalterquise machen, aber der darf jetzt auch nicht so aufdringlich sein, dass die Leute sofort weglaufen. Also die guten Vertriebler haben ja dann wirklich raus, dann auch Nutzen zu verkaufen. Und ich sage jetzt, reden wir mal über jemanden, der das richtig gut kann und den möchtest du im Unternehmen behalten. Was wäre jetzt für dem so eine Sales Compensation, die du empfehlen würdest? Also dem würde ich auf einen 60, 40 Prozent setzen und dem würde ich dann halt, mit dem würde ich auch reden über seine Ideen, was die Kunden angeht. Dem würde ich auch zuhören, was seine Erfahrungen sind, wenn er beim Kunden draußen ist, was er so erlebt. Und daraus würde ich dann halt auch bestimmte Rückschlüsse ziehen, um dann entsprechend auch erstmal andere Vertriebler lernen zu lassen aus den Erfahrungen und das einzubauen in seine Quote, in seinen Bereich. Wenn ich einen super Vertriebler habe und der ist in dem einen Bereich besonders gut, nehmen wir mal an, also in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, da haben wir eine Vertrieblerin gehabt, die hatte alle Supermärkte. Und wenn wir die von den Supermärkten abgezogen hätten, wären wir in die Supermärkte auch gegangen. Also sowas spricht sich rum. So, das heißt, wenn ich dich da richtig verstehe, würdest du dann im Rahmen dieser Variablen Vergütung weiche Faktoren mit einbauen, zum Beispiel das Multiplizieren von Wissen, weil es natürlich auch eine Gefahr ist, wenn eine Mitarbeiterin nur Supermärkte macht, wenn die geht, gehen die Kunden mit. Also willst du ja auch schon andere Mitarbeiter aufbauen. Andererseits würde ich dann unterstellen, dass die Vertrieblerin vielleicht gar nicht so ein großes Interesse daran hat, das Wissen weiterzugeben, weil es ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, das macht dich wertvoller für das Unternehmen und vielleicht graben dir dann die Kollegen auch noch deinen Umsatz ab, so dass du dann sagst, okay, dann lass uns das aber hier mit einem guten Faktor verzielen. So ist es nicht in multinationalen amerikanischen Unternehmen. Single Point of Failure werden entlassen. Single Point of Failure baut man sich nicht auf. Wenn du Single Point of Failure sein möchtest, dann bitte sei das woanders, aber nicht hier bei uns im Unternehmen. Ah, das sind schöne Worte. Also die sollte man jetzt mal ganz groß einrahmen, weil das ist auch meine Meinung, ist ganz oft, wenn ich mit den schwierigsten Mitarbeitern bei Kunden zu tun habe, sind es meistens die, wo ich gesagt hätte, die hätte ich schon vor drei Jahren rausgeschmissen. War ganz böse. Und ich bin niemand, der schnell sich von Leuten trennt. Aber ich rede hier wirklich auf diese unabdingbaren, vermeintlich unabdingbaren Mitarbeiter. Weil das sehe ich genauso. Das sind Single Point of Failures und wenn man mal ein Audit hat oder das Wort Compliance gehört hat, dann weiß man, dass Single Point of Failures oder Segregation of Duty, also wenn man quasi seinen eigenen Bereich so beeinflusst, dass es negativ aussehen könnte, wenn man ein Audit hat, das sind Faktoren, die muss man sofort adressieren und abstellen. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der mauert und sein Wissen nicht teilt mit anderen, ja, dann haben wir ein Problem. Dann werden wir natürlich den Manager rein und sagen, wollen wir uns mal unterhalten? Ja, du bist halt ein bisschen in der Zwickmühle an der Stelle. Also wenn das jetzt jemand ist, der, ich sag mal, 60, 70 Prozent des Umsatzes betreut und der natürlich auch von der Konkurrenz heiß umworben wird, dann wirst du nicht sagen, wenn du dein Wissen nicht weitergibst, schmeiß ich dich raus. Dann sagt der, naja gut, dann gehe ich halt zur Konkurrenz. Wenn ihr mich nicht wertschätzt, dann bin ich weg. Die Frage jetzt, warum ich aber trotzdem deiner Meinung bin, ist, dass diese Leute sich regelmäßig komplett überschätzen, was ihre eigene Position angeht und wenn sie dann das Unternehmen verlassen, ganz andere Mechanismen wirken, weil gerade in der IT- und Softwarebranche ist es ja nun auch so, die Kunden hängen an den ausführenden Mitarbeitern, wenn du irgendwie IT-Services machst, die hängen am Produkt. Wenn du jetzt von Microsoft sprichst, es wird jetzt keiner irgendwie die Google-Produkte einsetzen, nur weil du als Vertriebler gehst und das meine ich mit überschätzen. Ja, absolut, absolut. Und man möchte gerne denken, dass man nicht ersetzbar ist und man möchte gerne denken, dass man eine bedeutende Rolle spielt. Aber wenn man dann mal Unternehmen verlassen hat und das Unternehmen geht nicht gleich pleite und das Leben geht weiter für alle, dann kriegt man einen kleinen Reality-Check und stellt fest, oh, tja, ich war ja dann doch irgendwie austauschbar oder ersetzbar. Und so ist es mit jedem. Jeder, das ist zwar schockierend, ich weiß, jeder ist ersetzbar. So ist das nun mal. Es ist ja auch so, und das ist auch sehr wichtig im Allgemeinen mit der Mitarbeiterführung, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, im Vertrieb oder in anderen Bereichen, geht man ja eine Art Beziehung ein. Es ist ja nicht so eine Beziehung wie in der Ehe, aber es ist schon eine Beziehung. Man verbringt so viel Zeit bei der Arbeit mit den Kollegen, mit allem. Und wenn in dieser Beziehung irgendwas gestört ist, wenn der Mitarbeiter nicht gerne da arbeitet, dann muss man sich trennen. Das ist so wie in einer Beziehung auch und im Vertrieb ist es auch so. Wenn du einen Mitarbeiter hast, wo du feststellst, der hat eigentlich kein Interesse daran, mein Produkt zu verkaufen, der steht da gar nicht hinter, dem ist es völlig egal, wie viel Vanilleeis ich verkaufe oder sonst irgendwas, wenn du jetzt im Eisgeschäft bist. Denn ja, dann muss der halt irgendwie, muss man sich nicht mehr. Dann wird es aber auch kein guter Vertriebler sein. Das heißt, das ist dann eher der Punkt, wo du sagst, da muss ich einen Low-Performer für die Tür setzen. Aber hier rede ich ja über einen High-Performer, vermeintlich, der aber wie der Pfropfen auf der Flasche sitzt. Aber ich glaube, es ist klar geworden, da haben wir eine Meinung. Das Zweite, wo du gerade gesagt hast, so einen Hunter, würdest du dann auch an die Seite nehmen, A, die Multiplikation und zweitens, diese neuen Opportunities mit ihm besprechen. Also was könnte man, du bist jetzt bei Kunden A drin, wie hast du das gemacht? Wie kommen wir denn jetzt an Kunden B ran? Würdest du das in so eine Verzielung mit reinschreiben? Ich würde da nichts mit reinschreiben, sondern ich würde einfach nur dem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass er wichtig ist, dass seine Aussagen eine Bedeutung haben für uns, dass er gehört wird und dass er wichtig ist. Und das ist für Menschen im Allgemeinen und Vertriebler sind, Menschen schockierenderweise, ist sowas auch wichtig. Die mögen Wertschätzung und ich würde dem jetzt auch nicht Kunden wegnehmen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin so glücklich mit meinen Kunden oder in meinem Bereich, ich liebe, was weiß ich, Kosmetikbranche oder sowas. Ich habe da so tolle Ideen. Dann würde ich dem jetzt nicht, der ist ein super Vertriebler, aber ich habe da diese schwierige Ecke mit den Möbelhäusern. Dann würde ich den jetzt nicht umswitchen, wenn der da so glücklich ist. Das ist überhaupt das Thema Wertschätzung. Ich glaube, das kannst du nicht hoch genug schreiben. Also das muss allerdings in beide Richtungen funktionieren. Da möchte ich mal kurz eine Anekdote nennen, weil mein Verantwortungsbereich war ja die Finance. Und dann hörst du in der Finance leider manchmal öfter, als dir lieb ist, auch von Vertrieblern, mach das jetzt, weil ich verdiene das Geld und du kostest ja nur. So, und ich hatte damals den Mitarbeiterinnen gesagt, wenn ihr mal sowas hört, dann sagt mal, wovon die Leute denn meinen, dass ihr Gehalt bezahlt wird, wenn ihr keine Rechnung stellt. Also Wertschätzung, ganz großes Thema, das doppelt unterstreichen wir. Dann lasst uns mal zum Pharma übergehen. Da sieht es dann ja ein bisschen anders aus, vermutlich. Ja, beim Pharma sieht das anders aus. Der Pharma, die haben weniger Biss normalerweise. Die mögen gerne diese Beziehung, die sie quasi, nicht pampern ist das falsche Wort, aber die sie quasi wachsen lassen und die inniger wird und die wissen auch, wie sie das schaffen, dass sie die Firma, mit der sie zusammenarbeiten, immer schön gedeihen lassen. Und gibt es da irgendwie besondere Verzielungskomponenten, wo du sagst, damit kann man das auch fördern, dass jemand Cross-Selling und Up-Selling betreibt? Ja, absolut. Ja, Nummer eins, wenn möglich, würde ich da, wenn ich die, wenn ich Quoten vergebe, würde ich eine Quote nur für Up-Sell und Cross-Sell vergeben. Ich würde dem halt, nehmen wir mal an, er soll einen Vertrag erneuern, 100.000 und wir haben herausgefunden, dass seine Up-Sell, Cross-Sell-Möglichkeiten bei 20.000 liegen, dann würde ich den nicht bestrafen, wenn er bei 95.000 rauskommt, sondern ich würde den für die 20.000 bezahlen, die er on top bezahlt hat. Okay, das heißt aber nicht für die 100.000, die es sich jetzt automatisch verlängert haben. Ja, wenn er nur 80.000 verlängert, dann würde ich ihn bestrafen, aber wenn er innerhalb des preislichen Rahmens bleibt, Price-Compression und solche Sachen, würde ich ihn motivieren, dass er das Up-Sell, Cross-Sell macht. Das andere, was viele Unternehmen falsch machen, ist, dass sie zum Beispiel, wenn die Presidents Club haben, die machen das nur für Hunter. Ich würde auch einem Farmer die Möglichkeit geben, zum Presidents Club zu gehen. Jeder möchte gerne nach Bali, Hawaii. Okay, das musst du, glaube ich, mal kurz erklären, weil das auch so was sehr Amerikanisch oder vielleicht Englisches ist. Was ist der Presidents Club? Ein Presidents Club ist der Club, das kann man auch Pinnacle Club nennen oder Champions Club. Das ist halt für die Vertriebler, die Top verkauft haben, die Top 5% im Laden. 100% bringt dich nicht irgendwo hin, das ist das, was wir erwarten. Aber wenn du 200% gebracht hast oder irgendwas ganz Tolles gemacht hast, dann kriegst du eine Reise irgendwo hin, wo es toll ist. Aber es ist halt sehr ein exkluser Top 5% Performer Club. Ja, eigentlich unverständlich, warum man dann da die Unterscheidung macht zwischen Hunter und Farmer, weil da gebe ich dir vollkommen recht. Auch das hat ja wieder was mit Wertschätzung zu tun, wenn ich eine Gruppe schon da außen vornehme. Und außerdem, wer sagt denn nicht, dass wenn ich ein guter Vertriebler bin und meine auch als Farmer bewiesen habe, es ist ja ein bisschen menschlich, dass ich so erstmal die Low Hanging Fruits, wie man so schön sagt, ernte und erst dann vielleicht neue Kunden aufbaue und trotzdem da mega erfolgreich sein kann. Ja, aber ich sehe das sehr häufig, dass die Farmer ausgenommen sind davon. Gibt es sonst noch was, was du hier empfehlen kannst? Also wie sieht das denn aus, wenn du so ganz frisch in so ein Unternehmen reinkommst? Wie sieht dein Prozess da aus? Was guckst du dir da an und was sind dann deine Empfehlungen, neben denen, die wir schon genannt haben? Also erstmal frage ich meinen Kunden, ob er einen Ideal Customer Profile hat. Das haben auch nicht alle. Also ich frage die, was sie gerne haben an Kunden. Also Wunschkundenprofil auf Deutsch. Wunschkundenprofil, ja, genau. Und dann frage ich die halt, worauf sie sich konzentrieren möchten, wie viele High Performer, wie viele Low Performer sie haben. So diese ganzen statistischen oder diese ganzen Analysen gucke ich mir dann an und dann gucke ich natürlich auch dahin, wieso. Also wenn ein Unternehmen nur Top Performer hat, dann ist ja schon mal was schiefgelaufen. Dann gucke ich mir an, ob die irgendwelche Technologie benutzen und wie sie die Technologie benutzen. Gerade in Firmen, die... Also CRM? Ja, CRM, ja. Wenn die Forecastgenauigkeit, wenn die bei 50% oder niedriger liegt, dann braucht man auch kein Forecast-Tool. Dann kann man das auch alles sich zurufen. Also ich sehe sehr häufig, dass diese Forecastgenauigkeit nicht angestrebt wird oder einfach ignoriert wird. Aber gerade wenn man einen Venture Capitalist drin hat oder solche Firmen, die daran interessiert sind, ihr Investment abzudecken, dann ist diese Forecastgenauigkeit sehr, sehr wichtig. Und es gibt die Vertriebler, die forecasten zu viel und es gibt die, die forecasten zu niedrig. Aber als Manager hat man die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Forecastgenauigkeit bei mindestens 90% liegt. Die Verantwortung beim Forecasten liegt auch nicht beim Vertriebler, sondern beim Manager. Ja, sehr guter Punkt, weil das ist das, was mir ganz oft auf die Füße fällt, wenn ich mit Unternehmen spreche und wir einen ordentlichen Forecast machen wollen. Und die Kostenbasis habe ich natürlich aus der Finance relativ schnell im Griff. Aber ich brauche die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, um dann auch zu sehen, wie sieht es denn in den nächsten sechs Wochen und sechs Monaten aus und ist das eigentlich verlässlich? Und da stelle ich genau das fest, was du gesagt hast. Ja, mit Technologie arbeiten fast alle, fast alle haben CRM. Aber wenn ich da reingucke, arbeiten irgendwie von 20 Vertrieblern zehn so und zehn ganz, ganz anders. Die haben alle ihren eigenen Weg und Wahrscheinlichkeiten werden mal so gewichtet, mal so gewichtet. Es ist Kraut und Rüben und dann sagst du, lasst uns das Ding doch mal aufräumen, weil da sind so viele Dubletten drin. Und dann findet ein Riesenaufschrei statt, weil man könnte ja irgendwas verlieren. Und ich denke mal, wenn ihr damit nicht arbeitet, dann verlieren wir auch nichts. Absolut, absolut, ja. Und man sieht auch oft zu viele Leichen. Du holst den Report und dann ist da eine offene Opportunity von vor fünf Jahren drin. Ist bei 60 Prozent Wahrscheinlichkeit. Was da passiert? Ich sehe da manchmal Dinge, da rauche ich mir am liebsten gleich die Haare aus irgendwie. Also das ist, ja. Aber es ist schön zu hören, dass es eigentlich überall gleich ist. Egal, in welchen Bereich man reingeht, dieses Aufräumen und diese Datenqualität und dieses vor allem Bewusstmachen. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Wir machen das, weil wir damit arbeiten wollen und weil am Ende du das zum Überleben eines Unternehmens brauchst. Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass man da einen Schwerpunkt setzen soll, weil dann gewinnst du meiner Meinung nach einen riesen Wettbewerbsvorteil und nicht nur in der Sales Compensation am Ende selber gut dazustehen, sondern dann auch unterm Strich eine höhere Marge zu erzielen als der Wettbewerb. Also da liegt so viel brach. Wenn man so ein kleiner Kontrollfreak ist wie ich und immer gerne alles genau wissen möchte und alles genau sein muss, dann möchte man auch wirklich gerne, dass der Forecast und das alles richtig gut ist. Ich möchte gerne wissen, wo was ist, wo ich was finde und so weiter. Und ich möchte nicht, dass irgendwas erraten wird. Gerade wenn es um Vertriebsprovisionen geht, reden wir hier von den Einnahmen von Menschen. Da möchte ich nicht, dass der bezahlt wird auf eine Komponente, Finger in die Luft. Okay, schätzen wir mal. Sondern ich möchte, dass die auf was bezahlt werden, was man greifen kann. Wenn man es nicht messen kann, vergessen wir es gleich. Solche Sachen. Das ist halt sehr wichtig, dass man da auch eine Verantwortung zeigt als Unternehmen, dass man halt darauf achtet, dass was man macht, Hand und Fuß hat, dass es messbar ist und dass jeder in einer Art und Weise arbeitet, dass es auch für die anderen verlässlich ist. Hast du noch einen weiteren Punkt? Was ich noch sagen würde, ist einer der Faktoren, die wichtig sind im Allgemeinen, in Vertriebsprovisionenplanung, sind Risk and Control. Das bedeutet, dass wenn du dem Mitarbeiter immer das Geld schön hinterherwirfst, aber dann einen riesen Clawback machen musst, weil irgendwas passiert ist, der Kunde hat alles zurückgegeben oder sonst irgendwas. Deswegen braucht man halt vernünftige, gut dokumentierte, allgemeine Geschäftsbedingungen, Terms and Conditions, mit denen man mit dem Mitarbeiter schließt. Nichts auf Zuruf, nichts per E-Mail, sondern was passiert, wenn das ist, wann wirst du bezahlt, auf welcher Basis, alles schön aufschreiben. Und wie fließt das dann hinterher in die Verträge ein? Ja, super. Bettina, vielen Dank. Meine nächste Frage wäre ja, deine drei Tipps an Unternehmer, die ihren Cs richtig verzielen wollen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon gerade genau diese fünf Punkte gesagt. Aber ich möchte dir trotzdem die Gelegenheit bieten, vielleicht hast du noch so drei so Quick Wins, die man sofort umsetzen kann, wenn man das heute hört. Ja, erstmal habe ich dazu auf LinkedIn einen Post gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, über die sieben wichtigsten Dinge. Aber wir haben schon, wie du gesagt hast, über die meisten Dinge gesprochen, wie strategische Ausrichtung der Ziele. Eine Sache möchte ich aber noch sagen und das ist Kommunikation. Wenn wir jetzt sofort eine Umfrage machen von irgendeinem Unternehmen und fragen, wie viele Mitarbeiter wissen, was unsere Unternehmensstrategie ist, dann werden dir ganz viele sagen, keine Ahnung. Meine Worte. Der Vertriebler ist nur so gut, wie das, was du ihm sagst. Wenn du dem Mitarbeiter, dem Vertriebsmitarbeiter nicht sagst, was du von ihm möchtest, dann wird er das auch nicht tun. Dann wird er das tun, was er am besten kann, dass es wahrscheinlich rausgehen und irgendwas verkaufen. Aber wenn du ihm sagst, ich möchte gerne, dass wir in dem Markt so und so sind oder ich möchte gerne, dass wir das und das machen, dann weiß er doch viel genauer, was er jetzt zu machen hat. Dann kann er das auch besser umsetzen. Und das geht nicht nur beim Vertrieb so, sondern natürlich auch bei allen anderen, die die Unternehmensstrategie auch verstehen müssen. Okay, das waren zwei Punkte. Warst du noch einen dritten? Ja, ich würde auf jeden Fall immer Motivatoren einsetzen, so kleine Dinge, die den Vertriebler bei Laune halten, damit er genau, also halt nicht nur, dass er das Geld hat, sondern dass auch der Spaß bei der Arbeit dabei ist. Kleine Wettbewerbe, kleine nette Sachen, die ihn bei Laune halten und alle anderen auch, die beteiligt sind. Super, vielen Dank. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit haben wir heute schon relativ viel in die Verzielung von Vertriebsmitarbeitern reingeleuchtet. Ich kann sagen, vieles davon ist auch sehr allgemeingültig, also Thema Wertschätzung, Thema, ich meine, da rennst du bei mir offene Türen ein, natürlich die Strategie muss natürlich bei allen im Unternehmen bekannt sein und vor allem musst du als Unternehmen überhaupt mal eine haben. Manchmal ist das auch sehr opportunistisch und drittens vielleicht mein Punkt noch, es muss irgendwo gerecht zugehen und das hatten wir eben bei den Farmern und bei den Huntern, aber das haben wir natürlich auch bei dann dem von mir zitierten Beispiel der Finance-Mitarbeiter versus Sales, dass nicht kommunistisch, High-Performer dürfen auch high bezahlt werden, aber über alles ist es auch Teil der Wertschätzung, dass dann eine Kompensation alle irgendwo trifft und dann sind wir vielleicht bei diesem englischen Modell der Mitarbeiterbeteiligung, was ich auch sehr interessant finde. Aber das, meine letzten Worte, die allerletzten Worte gehören dir. Bettina, was möchtest du noch sagen? Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich gefreut, ich spreche immer sehr gerne über Vertriebsprovisionen und Vertrieb im Allgemeinen und ja, wie kann man mich erreichen? Am besten über LinkedIn. Ich habe da auch eine Seite von meiner Firma, Bicomp, wie Biene ist mein Spitzname halt und so kam das zustande mit Bicomp, aber ja, Bettina Kämmerer auf LinkedIn finden, Folgen, Posts liken. Und dann Sales Compensation richtig aufsetzen. Ja, also ich würde gerne fragen, also wenn irgendjemand eine Frage hat, was ich gerne mag, ist, wenn Leute ein Thema haben, über das sie gerne lesen möchten, dann schreibe ich auch gerne darüber. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Tschüss Bettina. Ja, tschüss. 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 Tschüss.